ja moin leute da sind wir wieder snow runner ist am start im koop mit la russo ja und wir sind genau im anschluss der letzten folge auf dem weg oder auch nicht junge junge ist aber auch ein schlamm auf weg zum nächsten wachturm date freischalten damit wir mehr sehen die map ist ganz schön riesig das hätte ich nicht gedacht aber das kriegen wir schon alles auf reihe ja ein bisschen mit dem sprit haushalten hier auf der map hier gibt es keine tankstellen keine werkstatt so hier fahren wir jetzt weiter genau hier geht es um den wegpunkt so ne da nicht hin ach jetzt habe ich ganz vergessen das blöde upgrade zu versuchen dahin zu erreichen das muss ich aber noch mal machen dann hätte ja hier oben hier oben sind upgrade wir werden ja sowieso noch mal dahin müssen aber am nächsten mal ein bisschen sowas denken okay was immer hier schön ist aufgabe zeigen heustadt ostiges erbe habe ich die aufgabe denn jetzt angenommen also weil da steht nichts von wegen annehmen oder sowas guck mal auf die auf die karte im mittleren reiter ob das da schon nicht im mittleren reiter im letzten reiter aufgaben ja schon da dabei steht ich kann jetzt gerade nicht sagen weil ich bin auf der anderen karte der russiges erbe einmal drin steht dann ist es schon angenommen aber nur einmal hatte verhandlungen rossi ah ja ok dann ist angenommen genau kein land für die trucks und jahren genommen ok gut ja dann genau bei dem lkw konnte ich nämlich den auftrag direkt annehmen der hier oben steht ein land für alte trucks genau der rossiges erbe das ist ein pick up der da steht aber ich will mich jetzt nicht verausgaben in der versuchen rauszuziehen sondern ich will eigentlich zu sehen dass wir hier zu dem zu dem wachtturm kommen aber wahrscheinlich um wir nur von von hier um ran sollte ich jetzt weiter fahren ehrlich werden oder ich fahre jetzt am besten wieder zurück und das upgrade und setzte von hier aus hier um neu an glaube das ist die sichere wahl ja so machen wir das auch so machen wir das so mag wir das quasi so 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 Du sagst Bescheid, wenn ich irgendwelche Auflieger oder sowas rüberholen soll, ne? Ich fahre gerade mit dem zweiten LKW rüber. Ah ja, okay. Also hier mit einem, mit dem Ritsche. Ja. Ist das ein Moller hier. Jungen, jungen, jungen. Ehrlich? Ich fuhre noch nicht so Moller hier oben hinweg. Ah ja. Besser. 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 Jetzt gucken wir uns erstmal an. Motor abstellen. Zack. Ich muss mal eben kurz weiter anbauen. Wie wir hier am besten reinkommen. Am besten bis hier hin. Hier lang. So. So. Ich glaube, das könnte gut sein. Ich denke. So. 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 Wolloh Upgrade erhalten Was haben wir denn hier schönes Ist sogar für diesen Truck verfügbar Okay Haben wir einen Sechszylinder freigeschaltet Hier wieder Hausaseln Auf dem gleichen Weg zurück Wie wir auch hergekommen sind Da wissen wir schließlich Das funktioniert Ja ganz gut So Dann wollen wir kurz nachtanken Auftanken Zack Und weiter gehen War mal gut dass ich den großen Koffer drauf gebaut habe Ja ja auf alle Fälle Dann können wir das Doppelte mitnehmen Werde jetzt Zum Tankanhänger wieder fahren Werde wieder voll machen Werde dann in die Mitte der Karte fahren Sehen aber dass ich von dort aus Wahrscheinlich besser an den einen Wach drum ran komme Zurück Zufel Die Stufe abgeschlossen Was heißt Stufe abgeschlossen? Ich habe gerade den Schiebeplanaufhänger zum Sägewerk gemacht. Ah, nice. Ja. Und jetzt zweimal Betonblätter, einmal Stahl. Da ist ein blauer Auflieger. Ich weiß. Wie erzähle ich das? Ja, genau. Wem erzähle ich das? Äh. So. Ja, gut. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier quaken die Frische rum, ne? Ach, mal einen kleinen Schluck trinken hier. So, jetzt ist die Stimme wieder geölt. Dann kannst du auch weitergehen. So, jetzt ist die Stimme wieder geönt. So, jetzt ist die Stimme wieder geönt. So, jetzt ist die Stimme wieder geönt. Jo! So, jetzt ist die Stimme wieder geönt. So, jetzt ist die Stimme wieder geönt. So, jetzt fahren wir mal hier hin. Dann kommen wir hier so rum. Wollen wir mal schauen. Erst mal das noch eine, dann das ab. So, wenn ich das jetzt abgeliefert habe, ab, dann gibt es auch am Sägewerk Holzblanken für uns. Ah, okay. Deswegen mussten wir das Holz von der anderen Meppe mitbringen, weißt du? Ja. Ja. Weil sonst hättest du die Brücke nicht bauen können. Und dann wären wir da nicht weitergekommen. Genau. Ich verstehe. Ja gut, wenn man sowas vorweist, ist das natürlich göttlich. Dann kann man sich da auch schon gut vorbereiten. Ja. Ansonsten heißt es eben Learning by doing. Ja gut, man wäre schon weitergekommen, aber man hätte halt den ganzen Weg immer ständig außenrum fahren müssen, weißt du? Ja. Ja. Diesen beiden Zipfel da, wo die sitzen. Ja. Uh, bisschen ab. Ey, Höhenrummel. Langsam. Oh. Was haben wir denn hier oben entdeckt? Okay. Tanker Fliege habe ich hier oben entdeckt. Auch nicht schlecht. Jawoll. Sehr schön. Weiter. Ups. Überstock und Überstein. Will auch immer fröhlich sein. Ja. 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 Ich. Ja. auch. Ich. hier muss er lang der hühnerschrecke kein weg hier ja bekanntlich kommen führen ja alle wege nach oben oder wie war das nur dieser hier nicht sehr schön herrlich so haben wir den in der mitte auch eingeschaltet sehr gut ach mist hätte ich nicht mehr von der seite gekommen hatte verhandlungen musste ich glaube ich nie das haben wir schon angenommen über brücke die lücke das ist auch schon angenommen obwohl da noch ein ausrufezeichen ist wahrscheinlich weil du das gerade neu entdeckt hast irgendwie okay ja gut ist es ist nicht so allzu schlimm und wir fahren hier weiter jetzt lange stehen bleiben wenn du länger stehen bleibt kannst du auch mal mit b den motor abstellen kannst du auf der karte gucken auch mit b ja sehr gut wo wir fahren dann nämlich jetzt hier genau ja mit b danke das wusste ich gar nicht sehr schön apropos motor abstellen leute ihr habt gesehen einfach mal wieder freigeschaltet bei euch ist dann jetzt hier erst mal die taste b motor aus ich sage schön dank fürs zusehen oder rein bleibt dran auf jeden fall es geht spannend weiter bleibt gesund ich bin raus